Jetzt komm, leg mal langsam auf, aus zu kratzen. Nee, sie macht das jetzt mal schnell. Pause. Nein, das finde ich jetzt nicht gut ausschümmen für zerstörerisch sein. Machst du das nicht, sondern du kannst Papier loslegen hier. Muss man auch gleich durch, aber... Zum... Nein! Ja, da kommt die Tote da. So, sie hat sich für einen Ausdruck in die Natur entschlossen. Oh, ein bisschen du. Achso, wir waren bei ihr. Ähm... Ähm... Boah. Die Trinkgeld spielen. Ich meine, bitte such dir eine andere Position, die Positionskraut hat. Hm. Doch, ja, das ist echt nicht toll. Ja, das ist doch nur eine schlechte Position. Das ist doch alles. Ja, das ist doch nicht toll. Es geht nicht so. Nee. Das ist doch nicht toll. Und zwar, die hier kann man denn STM fahren. Ja, das ist doch nicht toll. Timo, ich erzähle mal ein bisschen gucken. Ja, ich sage mal, die hier, die ich auch nicht. Sprengt! 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 Das ist eine hässliche Hose. Oh mein Gott, sie läuft ins Lille. Ist sie weg? Das ist cool. Das... Oh mein Gott. Der Kleine wird sich verlassen. So. Ich bin schon alleine. Oh mein Gott, wer ist denn? Man kann doch mal auf Toilette gehen. Oh, Toilette. Der macht aber auch nichts anderes. Ich muss mal kratzen, damit wir schlafen. Was haben... krieg ich denn jetzt 17 Dings? Achso, achso. Wir haben ihn schon strengst erfüllt. Leider zu jung. Ey, da kam Geld, hallo? Was ist denn das? Die gehen alle so jung aus. Das sieht auch aus. Ich finde es so richtig. Oh-ho-oh. Sieht irgendwie so bisschen da, wie... Ich stelle mich abgeholt. Sarah hat für die Devil Cat die Fähigkeit Gitarre soeben Level 6 erreicht. Sarah kann anderen jetzt ein wunderschönes Stenchen bringen. Sie sollte gelegentlich in der Buchhandlung gehen, um neue Lieder zu kaufen. Oh, irgendwo ist ja auch eine Katze. So, Lisa kennt jetzt all ihre Kollegen, weil sie es kann. So, jetzt können wir den Kollegen treffen. Die sind alle irgendwie sehr... bei denen sitzt das Geld sehr locker in der Tasche anscheinend. Und die Musik ist nicht so laut. Die ist 10, nicht laut. Die ist so laut. Der sieht zwar nicht so ganz dünn aus, aber ansonsten... Oh, weh, er hat keine... Ach, die Vesuvideokennik generelle. Oh, die Kinderstückgeschrei geht jeden irgendwann mal so bis hin. Oh mein Geist. Sie hat 114 trinkgarten Geld verdient. Das ist schon extrem. Hat sie jetzt das Buch endlich durch? Ja, gut, wo bin mein kleiner Tiger? Oh. 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 Hi. Ah, das war Bucky. Ah, das war Bucky. Oh, sexy. Ist egal, was die Anna nimmt, finde ich halt. Egal, also wird das nun auch so weitergehen. So. Zuneigung. Zuneigung. Handbeschnüffeln lassen. Zuneigung. Reden mit. Das war auch ein Wunsch mit ihm. Streicheln. Leckerchen geben. Handbeschnüffeln lassen. Und dann noch mal reden mit. Oder reicht das, glaube ich, erstmal. Wir gehen erstmal hier hin. Matteo. Hat die zu hohe Schuhe an, oder ist der zu klein? Also. Wir können ja gleich mal irgendwie so. Ja. Mal gucken, wie es ankommt. Okay. Wir werden Klöten klären. Hm. Das ist wirklich schrecklich. Das haben wir mitbekommen. Einfach mal. Das ist eine blöde Perspektive. Deswegen. Dann, dann. Tun wir jetzt die Perspektive ändern. Oh. Man, auch kaum. Wir dürfen einfach mal, dass er singen ist. Oh. Da wird gleich. Von Anfang an hier. Ja. Natürlich sprechen wir erst nach dem Alter. Hm. Das fand echt cool aus. Was er mir in den Augen gemacht hat. Aha. Einmal gucken jetzt. Ah nein. Nicht gut. Nicht gut. Kann ich mal das kleine Kind hier wegbringen? Das ist so. Ja. Das ist so. Ja. Das ist so. Wie. Ich sollte öfters die. Leute an meinen. Natürlich nicht. Mir jetzt auch noch gut aussehen. Oh ja. Tschülakabu. Oh. Hallo. Ich seh gut aus. Sie hat bei mir immer aussehen gepeilt. Aber es kam nicht gut an. Ein bisschen zu selbstverliebt. Immer. Wer kann, der kann. Na. Jetzt bin ich zu langweilig. Na. Ich zeig dir gleich mal, wer hier langweilig ist. Ähm. Achso. Oh Mist. Das war jetzt. Wir können uns ja doch wieder mal entschuldigen. Ja. Ja. Gucken wir uns mal jetzt an. Aber ich kenne ein Kind. Das. Er ist einen Tag jünger. Oho. Einen Tag jünger. Echt. Boah. Nicht so viel. Aber ist ja auch nicht schön. Und jetzt denke ich hinter den Lachen. Mach mich ganz ehrlich. Jetzt fertig. Aber mich interessiert. Ja. Das hatten wir schon, dass er älter jünger ist. Matteo ist Single. Also. Nein, oder? Geil. Oh mein Gott. Da. So. Dann können wir ihn dann was auf sein Sternzeichen fragen. Hi. Moment. Wie heißt du? Leonardo La Rosa. Boah. Wir switchen mal zurück zu den anderen drei. Da hat Katze eingeschossen. Oder auch nicht. Weil die einfach... Ähm, ja. Nicht so spannend sind wie die. Die sind jetzt einfach wieder entfernt von denen. So, sie hat auch ihr Tageswerk vollbracht. Mit... 100... Ähm... 98.000. Also riecht das kleine Kind auf, ey. So geil. Was haben wir noch? Matthäus' Finger hatten wir schon. Und das hatten wir auch schon. Okay, Lashley. Ähm... Wir können ihm einmal einen Kuss zuwerfen. Und dann können wir ihm immer noch zuzwinkeln. Und... Was können wir noch machen? Wir können einen anderen Sprung bringen. Was können wir noch springen? Äh, springen bringen. Das ist kokett. Ähm... Ähm... Was bedeutet, dass sie nichts lieber tut, als mit anderen sims zu flirten? Wer hat dieses Kind eigentlich mit in den Park gepaart? Oh, nein, wee! Das ist keine 50 Sekunden still. Da ist das Kind. Oh, am liebsten Risetten, ey. Oh, oh. Zeug mir nicht die... Ja, die muss langsam mal tüchen, ne? Und dann komm jetzt... Sieh, bitte. Oh, die jetzt kommt. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. Jetzt kommt, jetzt kommt. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Theoretisch, praktisch. Jetzt? Oh, komm, Mädels. Und Jungs. Oh, Scheiße. Ähm, kam nicht ganz so gut an, aber... Das Herz ist so... Ein wenig seltsam. Irgendwann steht der drauf. Das hängt ja... Spring-Cut-Cut zu. Das kommt auch nicht gut an, wird nicht? Wo sind die Katze? Das kommt aber im Gegend total gut an. Oh, geil. Wo sind die Katze? Oh, da ist die Katze. Wer ist die Katze? Was? Mango-Katze? Ja, wird geflirtet. Du verabschiedest dich dann auch. So. Dann gehen wir mal in deinen anderen Spruch. Aber wir switchen jetzt hier zurück. Hö, 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 hö. Ach, du bist auch gerade gekommen, glaube ich. Dann kannst du dir mal so was zu essen machen. Oder isst noch was, was ich im Kühlschrank... Dann tust du erst mal verdorbenes Essen auffordern. Und tust dein Gemüse mit Spaghetti-Dingfessen, was auch immer. Danach kannst du dich mal duschen gehen. Dann gehst du auch schon gleich schlafen. Ähm... Ja. Du... Nee. Bevor... Bevor du schlafen gehst. Du musst unbedingt noch was essen. Sonst schimpfst du mir hier in der Nacht. So, sie kommt jetzt nach Hause. Sie muss auch was essen. Oha, warum krieg ich denn immer, dass die was zu essen machen? Das ist ja selbst was da drin. Dann muss ich auch essen gehen. Let's go! Tempo, 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 oder auch nicht? So. Also, ich hab so... Ähm... Unsere guten... Aber das wird natürlich auch nichts von Dauer sein, weil sie ist ja eher so eine Krokette und... Ähm... Na, gucken. Ähm... Eher die irgendwie der stille ist Krokette, ne? Ah, sie wie ein Beständchen bei... Oh mein Gott, na klar war er das. Oh mein Gott, na klar. Na, der Gehalte hat ihm das dann ans Ende gestellt. Na klar. Ah, kriegen wir den... Dembeständchen. Gute Idee, echt geil. Ähm... So. Nein, dann kannst du jetzt auch noch den dritten Teller mitnehmen. Oh. Hm, die will ihn alleine nehmen. Nein, ich wasche meine Teller alleine auf. Nein. Jetzt stehen sie schlafen. Nein. Ich zähne die schon wieder her, leider. Ey, hallo, jetzt besitze ich wo das Bad. Was machen wir da jetzt? Nein, so schlimm kann's doch nicht sein. Nein, du darfst weg. Nein, das ist der Dreh. Jetzt bist du wieder her, aber... Geh ins Bett. Geh ins Bett. Ja wir haben ein kaputtes Vorschbett. Dafür kann ich aber nichts. Oh mein Gott, jetzt trifft dich wieder. So, ich würde sagen, wir beenden ihn jetzt auch gleich. Ich öffne ein bisschen. Und noch ein bisschen mit dem Ohr. Mir ist das Ganze egal. Egal, ob du sein willst oder nicht. Aber... Wo sind unser kleiner Tiger? Unser kleiner Tiger. Wisst was? Wenn du diesen Psychen riebst, beenden wir jetzt auch schon mal eine Session. Mit einem Wunderschönen gesagt. Ne, guck mal, so genial ruf. Na ja. Na dann. Ich bedanke mich fürs Frischer und bis der nächsten Folge. Nein, kommentiert. Egal was. Ich freue mich für euch. Tschüss. 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 Tschüss.